Ich komme zu meinem letzten Stück, das heißt, ich beneide dich um deinen Sternenhimmel und ja, wir fangen an jetzt damit. Wo ist der Ausgang aus dieser Stadt, die niemals pennt? Du liebst ihn unsterblich, obwohl er euch nicht kennt. Warte auf ihn, bevor du springst. Er will nur einmal hören, wie deine Stimme klingt. Wo ist der Ausgang aus dieser Stadt, die niemals pennt? Du liebst ihn unsterblich, obwohl er euch nicht kennt. Warte auf ihn, bevor du springst. Er will nur einmal hören, wie deine Stimme klingt. Ist doch alles gut, nur manchmal tut's halt weh, wenn das Essen wieder hochkommt, weil ich dich leiden seh. Wann packst du deine Sachen, um endlich abzuhauen von hier? Die ersten Worte sind mir klar, wie gefalle ich dir? Wann packst du deine Sachen, um endlich abzuhauen von hier? Vielen, vielen Dank. Ich war Klicke Decker und jetzt viel Spaß mit Fink. Vielen Dank.